Meine Zündkerze ist kaputt. Die muss also neu. Aber kann ich da jetzt irgendeine Zündkerze nehmen? Oder was kann da passieren, wenn ich die falsche Zündkerze in mein Fahrzeug einbaue? Wir übernehmen keinerlei Gewehr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der zur Verfügung gestellten Daten und Informationen in diesem Filmbeitrag. Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der in diesem Film zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde. Alle Angaben sind ohne Gewehr. Es gibt zig verschiedene Variationen und Ausführungen von Zündkerzen. Lange, kurze, dicke, dünne, große, kleine, welche mit langen Gewinde, welche mit kurzem Gewinde, heiße, kalte. Es gibt teure und billige und es gibt welche mit Platinanteilen oder Iridium und sie haben wahlweise ein, zwei, drei oder vier Zündelektroden. Das sind diese Dinger hier. Und weil es sie aus den verschiedensten Materialien gibt und der Herstellungsprozess mal aufwendiger und mal weniger aufwendig ist, gibt es sie in allen erdenklichen Preisklassen. Mal hier als Beispiel. Das ist eine Standardzündkerze, wie sie in den meisten Fahrzeugen verbaut wird. Die kostet zur Zeit ungefähr 3,50 Euro pro Stück. Und hier haben wir eine Zündkerze, wie sie zum Beispiel im Rennsport verwendet wird. Die kostet fast 90 Euro das Stück. Müsst ihr mal drauf achten. Das sind dann an der Theke beim Motorradteile-Dealer immer die Jungs, die gerade noch die Lässigkeit in Person waren und plötzlich auf einen Schlag ganz blass werden und nach Luft japsen, weil gerade der Motorradschalterbeamte lächelnd vier kleine Pappschachteln auf den Tresen gelegt hat, verbunden mit den magischen Worten, hier bitte, vier Kerzen, 360 Euro. Und manchmal, wenn man Glück hat, dann sieht man diese Kollegen auch noch in Zeitlupe umfallen. Wie funktioniert eine Zündkerze? Eine Standardzündkerze erzeugt durch einen kontrollierten Kurzschluss zwischen diesen beiden Metallelektroden einen Funken. Dieser Funke entzündet dann im Zylinder das Kraftstoffgemisch, das ja zur Verbrennung gebraucht wird. Normale Zündkerzen setzen sich zusammen aus verschiedenen Metallen, haben einen Kupferkern und einen sogenannten Isolator, der ist aus Keramik. Und eine Zündkerze funkt, je nach Motor und Einsatzgebiet, zwischen 500 und 3500 Mal in der Minute. Woran erkenne ich, dass meine Zündkerze oder die Zündkerzen defekt sein könnten? Defekte Zündkerzen kündigen sich oft schon lange vor einem Totalausfall recht deutlich an. Der Motor springt schlecht oder gar nicht mehr an, er stottert und verschluckt sich bei der Fahrt, nimmt schlecht Gas an, hat Fehlzündung oder Leistungsverlust. Wenn ich meine Zündkerze tauschen muss, kann ich da jetzt irgendeine Zündkerze nehmen oder kann da was passieren? Es muss auf jeden Fall die richtige Zündkerze sein, denn mit der falschen Zündkerze kann man den Motor tatsächlich sogar komplett schrotten. Motorenhersteller verbringen sehr viel Zeit damit, den Verbrennungsprozess, der ja den Motor antreibt, zu optimieren. Und dabei stimmen die auch die gewünschte Leistung des Motors auf die verwendeten Bauteile ab. Und um zu gewährleisten, dass diese Abstimmung auch immer optimal bleibt, ist das Verwenden der richtigen Zündkerze super wichtig. Nehmen wir mal an, das ist die Kerze, die wir ausgebaut haben. Das ist eine Langgewindekerze, auf der wir hier den Code finden, der uns sagt, was für eine Kerze das ist und welchen Wärmewert sie hat. In unserem Fall hier ist das eine Kerze von der Firma NGK mit dem Wärmewert 6. Zum Vergleich mal hier eine baugleiche Kerze, allerdings mit einem anderen Wärmewert. Da steht hier eine 9. Nehmen wir mal an, das hier ist so ein Zylinder mit Kolben und Zündkerze. Die richtige und passende Zündkerze sorgt für eine optimale Verbrennung, die nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Und nur so bleiben keine oder kaum Ablagerungen von der Verbrennung im Brennraum zurück. Ist die Verbrennungstemperatur zu kalt, dann wird nicht alles verbrannt, was verbrannt werden muss. Es bleiben Rückstände zurück. Die setzen sich dann im Brennraum ab und schaden über kurz oder lang den Motor. Und ist die Verbrennungstemperatur zu heiß, dann halten das die Bauteile des Motors am Ende nicht lange aus. Und auch so schadet man dem Motor. Ihr seht also, dass es doch sehr wichtig ist, immer die richtige Kerze zu fangen. So. Insgesamt habe ich in diesem Video ca. 37 Mal das Wort Zündkerze gesagt. Reicht also für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.